Die neuen Gameplay-Elemente machen den Begriff Interaktion a.a. Und dank der aktiven Kämpfe ist 2 Grand Anniversary für Wii vermutlich die ultimatierte Umsetzung von Lara Croft. Ich freue mich deshalb schon mal, dass die Wii-Fans in aller Welt endlich in den Genuss der aufregendsten Lara Croft-Erfahrung aller Zeiten kommen. Also, das ist mal kurzer Einblick in den Trailer. Jetzt haben wir Adam da, Adam Phillips. Welcome in Leipzig.